herzlich willkommen bei der biblise für mir für euch bin ich schon spät krasse scheiße heute schon mal von dem dem wm special 2014 mundart an der vorschlag kam von andy 1997 o o e kann ich gerade nicht ändern hier unten steht sie seht es hier größer ausgehen an den jungen herrn wollte ich das video einfach mal vorschlagen ich so kommt wird gemacht wir haben es jetzt drei zuckerlieder angehört jetzt gibt es jetzt gibt es einen fetten kras dazu in dem sinne bin ich bin gespannt was mich erwartet jetzt hier okay bis jetzt nur beat ich habe da großes okay ich gebe das ding erstmal like so der nimmt die namen es hat sich nahm von dem wm teilnehmer rausgesucht und tut die quasi um deuten quasi wie bittes bitte okay 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 gut ich weiß auch was hinausläuft auch nasi lernen es nicht hiphop hat das schlechtes image doch wir entfernen das bei rappen chill ich nie du willst der battle dann komm ich dropp die line zur acapella und wenn sein muss nur blind mit jedem song schien die eindruck und bauern meinem haus sing mit die leute in der mindkabine wissen sie jetzt auch da erst auch weil es ist sommer mach die markise alles licht in die räume was für ein wunderschöner tag so langsam sieg mal die bräune oder wir machen unseren lenz mit einem corona im park lass die anderen einfach reden scheiße so das musst du erstmal können sowas musst du erstmal können erst weil die meisten checken sowieso die messer schnell aber mir ist wo es drei was es ist so fetter track und es war doch traurig wenn die für ich kbm special net und mir ist scheiß egal ob irgendwer den text verstört weil die meisten checken sowieso die messer schnell aber mir ist wo es drei was es ist so fetter track und wenn es deine augen schließt und zu das stimmt das stimmt wirklich das stimmt wirklich also wenn ich jetzt den track nur so hören würde würde ich den text echt nicht verstehen weil ich die ganzen fußballer nicht kenne scheiße alter ich hätte nur am bulli dort und brauchst nur nehmau bevor ihr arm am sonst mit hopp dann schauen wir nur in stadt was willst du gerne das druckst netter würde ich am schluss robben aber wie ein bus geht's allmählich wird zu spät aus mit dem badewetter jetzt ging er mal vor dem ersten lokal war an der bahn netter doch wird er mit um anna dann hau er dir am sich teil ich hab zwei kz restopper nie am widerschnitt seil wir sind net aus van persie und des ist leider keine phase sich van persie aaaaaaah scheiße alter das fickt mein kopf und du glaubst die kassier ist doch schon reise da ane paar den da drüben kenn ich auch bis eduado aber lecker bier für meine freind und ein weinerl hältst du dazu an kars an und wie die bewirten um was bringen kann ich bin kaffee kostet doch da isi lieber christmann er bringt mir am beleg ich glaube ich hier beim ane ohr weil er witzelt um an und und lad mir alles vor seinem trink auf mein sacco scheiße alter also ein paar sagen wir so ein paar davon haben bei der wm 2014 nicht mitgemacht schlub zitant das war ja nicht das war ja nicht die wm brasilien das war das ewig keine hat das war der berühmte kopfstoß letzte spiel macht den gibt den sohn headbutt gegen brustkorb heieieiei echt schade ey da war echt ein guter wussballer ob irgendwer den text verstört weil die meisten checken sowieso die message schnell aber mir ist wurscht weil ich weiß es ist ein fetter track und es war doch traurig wenn ich für euch kbm special hätte und mir ist scheiß egal ob irgendwer den text verstört weil die meisten checken sowieso die message schnell aber mir ist wurscht weil ich weiß es ist ein fetter track und wenn es deine augen schließt und zu ein hässliches hängig hat recht die maria die maria ok mal gucken was die maria hat die maria hey die eude ist nicht bockbar sie kommt immer wieder nah das ist schon immer trockbar die maria 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 aber ja nur happy hour gelegt hat die Eute in ihrem Beckenbauer und sie mag es gerade wenn ich lang performe jawohl, ma tief geht auch WM ist sie, hopp, all die Tore Österreich muss der Affe, jo, wenn ma's mal ins Finale schaffen dat dann film ma dies mit meiner Kameradonna von mir ist scheißegal ob irgendwer mit Kameramu heißt von mir ist scheißegal ob irgendwer also, ok, sie ist mit meiner Kameradonna ja, ok ok scheißegal ob irgendwer den Text verstört weil die meisten checken sowieso die Message schnell aber mir ist wurscht weil ich war, es ist ein fetter Track und wenn's deine Augen schließt und zu erherst wirst du eng überbrecht scheißegal ey ohne Witz ich bin echt dran geblieben und hab ich hab jedes Mal mitgefiebert was welche Line bringt der mit welchem Name alter das war am Ende nochmal einen schönen großen Finale mit dem Beckenbauer da mussten der natürlich musste drin sein der Beckenbauer der Franz der Kaiser musste drin sein oh fuck alter oh fuck alter scheiße fuck alter der Track hat mich wieder gekillt ohne Witz also richtig lustiger Track also für mich von meiner Seite aus und trotzdem ist es sehr hoch alter sowas erstmal zu können erstens die ganzen Namen rauszusuchen äh passende Lines zu den passenden Namen zu finden ist schon gehört ein bisschen Arbeit also wirklich Arbeit dazu man muss wahrscheinlich bei Haufen Lines wahrscheinlich den Namen mit nachsprechen dass man die überhaupt den Sinnen teilweise mit versteht extrem also textlich extrem hohes Level an der Stelle Props dafür auf alle Fälle trotzdem ich fand's lustig ähm vielen Dank an die 1997 OOE echt danke für den Vorschlag jetzt seid ihr aber noch gefragt Meinungen Kritik äh fuck was was noch Vorschläge in die Kommentare der Link zu dem Song plus dem Kanal von Dame unten in dem Verbox äh Social Media Plattform mir unten in der Infobox ich wünsche euch noch einen schönen Tag haut rein und macht irgendwas in uns